Das Dorische ist ein altgriechischer Dialekt, der vom Stamm der Dora gesprochen wurde. Das Verbreitungsgebiet des Dialekts umfasste große Teile der Peloponiskreta, Rhodos, Teile der kleinasiatischen Westküste sowie die dorischen Kolonien am Schwarzen Meer, auf Sizilien und in Süditalien. Das Dorische wird oft zusammen mit den nahverwandten nordwestgriechischen Dialekten, die in Phokis, Locris und Illis gesprochen wurden. Zum Dorisch-Nordwestgriechischen zusammengefasst. Der Dorische Dialekt war in zahlreiche lokale Varianten gegliedert, die hauptsächlich durch Inschriften überliefert sind. Zu den Vertretern der dorischsprachigen Literatur zählen die Lyriker Pindar, Backeileits und Altman, die syrakusanischen Komödiendichter Sofron und Epichamos, der syrakusanische Mathematiker Archimedes sowie die alexandrinischen Dichter Theokritos und Kalimatschons. Traditionell war dorisch die Sprache der Chor-Lyrik. In der artischen Tragödie wird der Dialog auf artisch gesprochen, das Chor-Lied aber im dorischen Dialekt gesungen. In hellenistischer Zeit wurde das dorische, wie auch die übrigen griechischen Dialekte, sich die Keune, eine weitgehend auf dem artischen beruhende Gemeinsprache, verdrängt. Jedoch hat sich in abgelegenen Teilen der Peloponnes bis heute das zarkonische Ein auf dem antiken dorischen Beruner Dialekt erhalten. Auch der kretische Dialekt des Neugriechischen ist durch das dorische geprägt worden. Charakteristika Wichtige Unterschiede zwischen dem dorischen und dem artischen, der klassischen Form des altgriechischen, ursprüngliches langes A bleibt stets erhalten. Beispiel Beispiel, Dorisch F-Omikron Kappa Omikron Sigma Voikos gegenüber Atisch Omikron Kappa Omikron Sigma Oikos. Ursprüngliches Tau Iota Ti bleibt erhalten. Beispiel, Dorisch Phi Epsilon Rho Omikron Nüt O Iota Feron Ti gegenüber Atisch Phi Epsilon Rho Omikron Ypsilon Sigma Iota Fou Si. Ersatzdehnung auf Eta E und Omega O statt Epsilon Iota I und Omikron Y O U. Das Kardinalzahlwort Tau Epsilon Tau Omikron Rho Epsilon Sigma Thetores statt Atisch Tau Epsilon Tau Tau Alpha Rho Epsilon Sigma Thetaris und Ionisch Keunet Tau Epsilon Sigma 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 Alpha Rho Epsilon Sigma Thetaris. Das Ordinalzahlwort Piro Tau Omikron Sigma Pratos statt Atisch Piro Tau Omikron Sigma Pratos. Das Demonstrativpronomen Tau Neomikron Sigma Tenus für Kappa Epsilon Neomikron Sigma Kainos. Beispiel, Dorisch Delta Omikron Nüt Delta Iota Delta Omikron Yidon Edidon Aorist im Perfekt von Delta Iota Delta Iota Delta Omikron Nü Alpha Iota Delta Iota Delta Iota Delta Omega Mu Iota Didon I Dido Mi gegenüber ATT. Delta Omikron Sigma Alpha Nüt Delta Iota Delta Iota Delta Omikron Sigma Alpha Nü Edosan Edidosan. Beispiel Medium Passiv von Dorisch Piro Alpha Sigma 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 Epsilon Iota Nü Pras ein ATT. Piro Alpha Tau Tau Epsilon Iota Nü Prat ein. Dor Piro Alpha Xi Tau Alpha Iota Praxitei für ATT. Piro Alpha Xi Epsilon Tau Alpha Iota Praxitei Dorisches Futur. Endung der erste Person Plural auf µEpsilon Sigma Sigma Epsilon Sigmata MES statt µEpsilon Nü Men. Im Nominativ Plural des Artikels und des Demonstrativpronomen Storisch Aumikron Iota Tei Aumikron Tau Omega Delta Tui Tau Omega Delta Tui Tau Alpha Tau Alpha Tau Tei gegenüber ATT. Schomikon H-U-I-Alpha-H-I-O-Mikron-T-O-O-Mikron-I-O-T-O-I-Alpha-T-O-Alpha-I-O-T-H-U-T. ist gleich kapatt aus Sigma-Teta-Alpha-I-O-T-H-T-H-I.